Moins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickfoss, zusammen mit an Holding Rush, das Rigi, Nuvero und Gamer97. Aber ich gerade erstmal bei deiner Begrüßung, schön am Gänen. Ja, das klingt eher so, als ob du gefurzt hast, aber gut. Ja, so riechst du es auch. Ich glaube, die sind hier. Ne, die sind oben. Einer ist da oben, so. Da ist die Campen da beide. Ja. Alter. Fakt. Lovero hat keine Rüstung. Oh mein Gott, der ist da unten. Wo ist der? Oh, lol. Pass auf, dass wir nicht geteabackt werden von hinten. Oh, ich hasse das, wenn sie da obszeniert sind. Einer unten, der hat kein Prämie, der hat nix. Hä, wie war der unten? Ja, nee, der kam ganz kurz runter. Ich habe beiden die Rüstung gezogen. Ja, der eine hat kein Prämie, der Gamer, hoch. Habt ihr ihn? Ja, easy. Boah, Alter, ganz kurz vor Prämie bin ich hier gerade. Du machst das schon. Joa. Pass auf, der kommt jetzt hier. Alter. Oh, lol, den bekomme ich noch nicht. Ey, ich konnte ja nicht mal mehr blinzeln, da war ich schon weg. Ich habe dem gerade, ey, warten wir auf mich. Ich bin gerade mit 100 live gezogen. Ja, der hatte respawn. Dann schießt er auf mich und auf einmal war ich von 26 AP plus Prämie einfach weg. Ach, ja, GP, was ich dir noch sagen wollte. Morgen. War das morgen? Weltunternehmen. Morgen. Lol. Lol, da kam mir einer von oben. Ja, ich sehe es. Hab ihn. Ähm. Morgen. Kommt der Weihnachtsmann. Kommt mit seinem Tag. Können wir den ganzen Tag zusammen zocken? Also morgen ist... Ja, morgen bin ich mit dem Kuppel fahren, redet. Nein! Nein! Allemal, von wann bin ich denn da? Ich fahr so ab 11 Uhr los. Ja, nee, also ich komme erst morgen Abend wieder. Oh, bin ich morgen alleine. Oh. Was macht der macht? Der hat morgen Fußball. Oh mein, das ist so klar auf... Oh, Gott. Heißt, so was, Brett hat mir gestern ja echt gut Nachhilfe gegeben, was ich nicht mehr so weit, aber... What the fuck? Wie instant war denn mein Primi weg? Kommt mir nimmst du auch noch. Ich bin von Full innerhalb von einer halben Sekunde auf Primi weg und 94 HP runter. What the shit? Der hat kein Primi mehr. Nice. Novero, auch ne... Na, und du, Novero habe ich relativ verfehlt. Lol. Nein, der kennt 50 HP. Nein, ich sehe es. Kommst du runter, nicht wenn ihr jetzt beide kommt? Nein, den habe ich noch gut gegeben. Ich glaube, hast du wirklich gesagt. Das habe ich gerade eigentlich nur gesagt, dass du den jetzt nicht versuchst zu killen, um Scores zu machen. Deswegen habe ich gesagt, komm bitte runter. Machst du nichts? Oh mein Gott. Akklo ist ein Engel. Schreibt gerade Akklo nichts bei mir im Hauptchat. Ähm, klar, chat. Nein, ich werde sterben. Mein Primi. Einer springt hier runter. Einer ist hier runter gesprungen. Nein, scheiße, das war ein bisschen blöd. Wo ist der? Ja, die kommen jetzt beide auf dich. Nicht so toll. Ich verpiss hier mal ganz kurz eine H tiefer. Nein! Gamer, kein Primi. Oh, meine Piste hat nicht geschossen. Immer diese aussehen. In den Keller. Ja, ja. Und hat nichts. Aber war ja klar, dass er wieder hier am Pitchen ist. Wo ist denn der andere? Ähm. Oh. Ja, Fils, noch eine feste... Ach, der ist da oben. Ich muss mal ganz kurz auf den Hunderter warten. So, jetzt. Warte mal, der eine kommt runter hier, hab ich. Der andere kommt auch noch hinterher. Oh shit. Oh shit. Der hat Hälfte, der hat Hälfte, der hat Hälfte. Junge. Hey, wo ist der? Der ist an dieser Eil, der ist rechte Seite gewesen. Rechte Seite unten. Äh, bei der linke Seite. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich einer kommt. Das Gefühl, dass hier... Okay, Gamer habe ich. Nein, der hat... Oh, Leute. Wo ist der? Der hat kein Premium, der hat kein 50. Wo ist der? Der ist hinter dir, hinter, hoch und hinter dir. Ne, jetzt kommen die beiden, jetzt kommen die beiden. Okay, warte, ich komme dann auch. Boah, ich bin nur ein bisschen am Zittern. Das sind solche Poses, wo ich weiß... Oh! Immer an dieser Stelle, oh! Der steht da, der kommt immer hinter dir! Ja, ich sehe es. Boah, ich hab nicht mal 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 Woppy schlucken können, so instant war der weg. Der ging runter wie Buddha. Oh, shit! Ja. Da habe ich gerade noch geblinzelt und war einfach weg. Also, auf, ich backreep jetzt mal. Ey, der Typ, der ist überall am Nuckeln. Ja, klar. Kennst du das doch? Das ist bestimmt so ein 6-Jähriger. Wahrscheinlich zackt seine Mutter für ihn. Der hat nur auf dem Account-Tasten rumgehackt. Was glaubst du, warum der sich Gamer97 genannt hat? Der hat sich verschrieben. Ja, wahrscheinlich ist er 6 Jahre alt und 97. Aufwag, aufwag. Ich brauche mal deine Hilfe. Ja, stimmt. Der hat eine Hälfte. Der hat kein Premium. So. Ich kann eigentlich schon hier oben bleiben. Also, Leute, ja, das ist übrigens immer noch dieselbe Dämpfe, die gerade bin ich gerade am Stück auf. Das war gerade extrem schlecht. Na, egal. Ja, ach Gott, der hat wieder da oben gekämmt, ey. Ja, das ist echt unglaublich, ne. Komm, lass doch mal weggehen, woanders hin. Einer links, einer rechts. Ja, komm, wir gehen mal so außenrum irgendwo rum. Ich höre die über uns. Kann man ja auch mal machen, so. Da bin ich gerade lang, komm, da war keiner. Weil ich geh mal hier lang. Ich bin gerade bis in den Link. Leim, bling. Einer habe ich. Komm, wir mal wieder hin. So, und Novero ist ja auch noch. Novero Hälfte. Fuck, erstmal. Jetzt sind's hier bei. Nein, ich glaube, jetzt habe ich echt die Arsch. Komm, wir haben hier. Komm, wir haben hier. Ich glaube, wir haben hier. Gamer hat kein Prämie. Ich war gerade zugespannt. Zivitz, 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 Zivitz. Ha, der läuft mir in die Arme. Gamer oben. Wie viel hat Gamer noch? Nix. Okay. Jetzt hat er wieder viel. Der kommt da von rechts, pass auf. Ja, ja, dann stelle ich's auf die Leiter. Ich will zu zweit auf den Schießen. Oder kommen die jetzt von hinten? Der ist da, der ist da, der ist links. Links in dem Gebäudetraktor gewesen hier. Rechts und links. Nein, ach, scheuer. Du weißt auch nicht, wo rechts und links ist. Was? Ja, du hast links gesagt und der war rechts. Dann hat er... Nein, ich hab, Alter, ich hab Gamer noch Prämie gezogen, der andere Hälfte. Der ist jetzt eh wieder hier am Klitchen. Nee, doch nicht. Ah, da ist er instant im Klitchen. Boah, dieses Match ist schlechter nur 3000 Score. Also Leute, ich sag's gleich, das nächste LP wird wieder mit mehr Elan und mehr Frohmutzeit. Ich komm nicht runter, ich komm nicht runter, Mama. Oh fuck. Ist der bei dir? Ja. Oh shit, der hat mich gesehen. Komm, wir helfen. Ach, seh. Jetzt hab ich ihn. Der andere, der kommt irgendwie von hinten. Der ist auf der anderen Seite irgendwo. Ich weiß, wo der eine kommt. Hol ihn dir. Lol. Lol. Oh nein, das ist... Nein. Oh nein. Der andere kommt da auch. Ich seh's. Scheiße. Nein. Nein. Oh nein. Oh Gott, bin ich schlecht. Bin ich schlecht. Bin ich schlecht. Oh Gott, war das schlecht. Sind wir noch hier unten? Ich hab die Hälfte meines Wallzins seitdem gesprayt, dann hab ich ihn einmal getroffen. Na gut, Leute, also, das war's von uns. Wir sehen uns beim nächsten Display wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.